willkommen zurück zu let's play super mario 3d world hier zusammen mit andy und daniel und ich steuere gerade den twat kann man sich selbst töten wir machen das tod level deswegen habe ich dann mega witzig wenn er guter nicht selber töten wird während er mich steuert wir machen das tod level deswegen habe ich das pad jetzt ja klar und ich glaube ich kann auch das ist keine ahnung das sieht klein aus gucke ich lieber auf dinge oder okay das kam unerwartet warum ist das den weg das ding danke das war dumm dass ich das gedreht haben kann ich antrauben die dinge nicht immer springen kann man nicht mehr zeit ist okay ich würde gerne aufs pad gucken aber ist mir zu klein den schenken kann ich nicht holen wo unten ist noch eins noch zwei recht ist wenn du echt so eine sprüche stellen ich bin nicht ich bin nicht aber ich bin ja ich bin nicht Ich kann auch so. Ich muss runter. Hä? Okay. Den halten wir auf jeden Fall. Nicht so einfach das Level hier. Nicht faule. Nicht faule. Muss ich halt wieder pissen. Pissen nicht. Also nochmal. Ups. Ups. Und nicht fizz. Ja und da ist der letzte. Aber kriege ich nicht. Dafür musst du drehen. Puh. Den habe ich nicht gesehen. Wo steht der jetzt richtig? Wo steht der? Oben. Oh. Also nochmal. Einfach. Das kann ich nicht. Tappen. 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 Ich muss ja jetzt runter springen. Aufs Spiel. Oder? Keiner. Ja doch. Puh. Jetzt kommt es runter. Ja. Ui. Du darfst nicht mehr getroffen werden. Ja. 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 Aber ich habe alle Sterne einmal getroffen. Okay. Speichervorgang. Und dann gehen wir. Ja. Und dann natürlich wieder alles raus. Bist du das? Bombenspaß im Land der Blöcke. Blöcke steht da. Achso. Oh. Ich habe die Krone. Jetzt wird geboost. Okay. Yes. Okay. Alle haben was. Oh. Ich habe gerade voll falsch geguckt. Wir haben fast uns ausgelaufen. Einfach so. Einfach so. Aber wir haben nur fünf Leben, ne? Also Spaß am Umgehen. Hui. Es sieht so aus wie Kackhaufen, Alter. Irgendjemand macht das kaputt, kann ich das? Wow. So ein Schack. Kann man die auch kaputt machen? Nee. Doch, doch. Wie? Mit Bomben. Jetzt. Stopp. Oh. Alle gucken, wo ist ein Stern oder so? Ja, ich gucke halt. Kein Stern. Okay. Oh, genau da unten, Mann! Ist ein Stempel, oder? Nee, ist ein Stern. Lol. Danke. Gerne. Hä, wie? Wie? Oh, nice. Wie ging das jetzt? Weil wir beide gemacht haben? Das ist doch schon. Nee. Doch. 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 Ich habe vorhin Standstück zwischen zwei Stück. Deswegen hat es nicht funktioniert. Aha, man muss es zweimal machen. Manchmal zweimal. Nichts. Manchmal ist ja nicht. Ich musste vorhin nicht. Ah, das war nur der Stempel. Immerhin. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob wir was vergessen haben. Bestimmt. Ja. Und wer ist reingegangen, einfach? Du. Du. Die sind ja hier. Freundst du? Nee. Nein. Doch, ich mach das ja nicht. Ja. Vertraut ihm nicht. Okay. Bombe. Bomben Spaß. Oh. Da gibt's den Denken. Oh ja. Bitte. Ich hab keins. Aber ich hab die Krone. Ich hab ein bisschen später als mehr. Oh. Oh. Oh, das war dumm. Sorry. Links? Was ist links? Was? Die März läuft schon. Die März läuft schon. Die Kontrollen von Zelda. Spring! Das war dumm. Dass ich da auch hoch springen kann. Ey, der gehört mir. Das finde ich scheiße an. Ich geh immer ein bisschen recht. Ich spawne auf der Kante. Das ist so dumm gemacht. Oh, warte. Ab die Kante. Und los. Hä, was? Achso. Ich dachte, es geht nach Zeit. Wir müssen Dings sammeln. Scheiße. Hä, was? Da kommen Bomben raus. 100% ist irgendwo unter den Dingern hier. Okay. Eins fehlt uns. Haben wir verpasst? Daniel hat ihn. Okay. Puh. Der Teamplayer Daniel hat ihn ganz allein gefunden. Nice. Oh, wir haben aber viel verpasst. Scheiße! Nein, 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 nein. Ich habe es nicht gecheckt. Habe ich trotzdem Peus bekommen? Das ist halt nicht der Hälfte. Das hat mir meine Mama gestern auch gezeigt. Aber geschafft, aber nicht alles. Hm. 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 Ja, gut. Dann hat er eigentlich immer fast immer der, der die Fahne nimmt. Siehst du, das sind nur 5000 Points und du hast 10.000 Points, weil du oben drangesprungen bist und das Level. Geh weg. Ich hatte mehr Punkte. Du bist auf die Fall. Geh. Passt mich mit an. Ganz ruhig. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Okay. Next Level. Das machen wir auch, ne? Natürlich. Ist gar nicht mehr so weit. you. Schleicht vor. Okay. Nundzumar ins Level rem? Lundz? Rimm unm Milwaukee. Lundz? Uns? Wandern auf dem Baumweg. Wierwann dann und auf der vom Zeiler. Wie zur wandern. Es ist mega geil. Es ist mega geil. Nein, es ist scheiße. also die points hast du da gemacht das gut ich hatte ja jetzt werden keine pausen machen soll ich werde kind und den drei platz davon ein aber was das klau du passt du hast gebastert gebastelt stempel das war der stempel das ist der doppelst du sie schätzt ja genau wie wenig wo wir müssen jetzt ist der weg gebastelt Oh, Bastard! Wo sind die ganzen Alteams? Hääääh! Ähm, die geht? Das geht weiter! Das war 3! Ich gehe links! Ich gehe rechts! Nachziehen! Oh, Piranha Blume! Oh! Oh, Andy bleibt aber stehen! Ich gehe links! Ich gehe... Äh... Dauer... Hey! Andy, du Bastard! Er hat mich gegriffen und ist einfach in die Lava gelaufen mit mir! Ja, werden die Leute beleidigt! Was denn? Hat mich auch beleidigt! Was ich schon öfters gemacht habe heute! Oh, ich habe das gesehen! Hier links jemand? Das ist Eis! Finde ich gut, dass wir gestorben sind, weil Daniel hatte so viele Punkte! Nur du Bastard! Hä, warum? Wir sind alle gestorben jetzt! Wuff, wuff! Ihr habt mich dann voll gut nachgemacht! Oder? Gar nicht! Doch! Hab ich! Geh nochmal hin! Das ist... Für uns! Was hat das mit Regenbogen-Dings zu tun? Hat mich mit Regenbogen zu tun? Nein, auf den Mummel! Warum Regenbogen? Das ist die Regenbogenwelt! Das ist die Regenbogenwelt! Ah, ja! Du hast gesagt Regenbogen! Nee! Wer greift mich denn da? Was? Ich mach das! Ich krieg das hier hin! Du wolltest doch machen! Warum machst du das? Ja! 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 Ich bin... Ja! Ich bin... Es ist eng hier! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... von oben! o... was ist'n jetzt los?! Links war was? Alle diese Verdopplungsdings? Oh, leck mich! Schuld! Alter! ok hat direkt wieder von dort und lasst immer dann die nacht immer Ich hab keine Ahnung wo ich bin, Alter. Ja, jetzt sieht das aus, ne? Ja, ja. Das ist ein Damage. Warum eigentlich? Hier links. Alter, du musst zu reden. Oder wer auch immer das war. Boah, hab sie. Hab ich schon. Oh mein Gott. Boah. Töte das Mist. Alter, das geht doch gar nicht. Achso, da kommt noch einer dazu. Man schiebt direkt da drin, oder? Ja. Direkt auch gewesen. Wo bin ich? Nein! Zehn. Drei. Ist da eine Stirn? Hinterlager? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Nein! Scheiße! Hilfe! Alter! Wo bin ich denn? Ich bin tot! Stimme, Walter. Ja. Ah, musst du anschießen mit dem Ding. Ah. Okay. Gibt's da noch was? Boah, Wattenscheid. 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 Oh, wir hätt' auch warten können. Warum?! Wattenscheid. Das war besser. Wattenscheid. Warte, Moll. Na. Okay. Und wir hätt' auch warten können. Wattenscheid. 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 Diese Fahne macht das komplette Spiel kaputt. So. Schon wieder. Die Fahne. Wir haben gleich Hilfpunkte gekriegt bei der Fahne. Nein. Doch. Du hast 10.000 Points. Gar nicht, was? Machst du nicht kaputt. Man kriegt nur mehr Points, wenn man mit der Krone ins Ziel kommt. Nee, wenn man oben... Doch auch. Ach so. Ja, aber man kriegt halt 10.000 Points, wenn man oben dran springt. War aber keiner von uns beiden. Nee, aber ich dachte, die Zuschauer checken das nicht. Wie wärst du aufhörst zu weinen? Ich will jetzt nicht spielen. So, Daniel ist im nächsten Part nicht mehr dabei. Okay, gibt es nur noch drei? Ja. Nice. Nee, machen wir eine Lotterie, machen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, das war es für diesen Part. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal. Gut und ciao und ciao. Ich würde sagen, wir haben eine große Gruppe auf. Ja.